Ja, hallo, heute geht es los und zwar unser Videodreh für die Serie und ich hole jetzt den David in seinem Büro ab und dazu laufen wir mal hier den Gang entlang. David? David, bist du ready? Bist du ready? Ja. Können wir dann starten für die große Serie? Ja, noch fertig zusammen und dann geht's los. Na, dann würde ich sagen, auf los geht's los, auf los geht's los. So, der Kai ist natürlich auch schon mit dabei. Sag mal hallo Kai. Hallo Kai. Dann sind wir bereit, treffen wir einen Mario oben im Studio. So, jetzt sind wir angekommen am Studio und der Mario ist auch mit dabei. Servus. Was machen wir heute mal? Ja, wir drehen ein bisschen Video, also wir machen so eine kleine Trikoma-Serie. Ich will ja nicht zu viel verraten, ich darf nicht zu viel verraten. Aber ihr könnt gespannt sein, es wird extrem geil. Also es wird extrem geil. Und? Macht Spaß? Ja. Wir haben's fast, ne? Ja, das war's dann erstmal. Seid gespannt, was noch kommt. Und vergesst nicht zu like und den Kanal abonnieren. Bis dahin.